Ladies and Gentlemen alle und herzlich Willkommen zum Let's Play Uno, war das? Den Verlauf muss dann auch nix alles cool Peter, ich will jetzt nur nicht zurücksetzen oder sowas. Okay, was ist das denn jetzt schon wieder für Bullshit weißt du? Jay hat da jetzt hier dieses Gebiet gemacht wo man nix von sinkt. Ja jetzt sehe ich die fucking Karten nicht mal mehr. Wie kriege ich das denn ab? Ich weiß nicht mehr wie das geht und was, ich geh mal den Verlauf gleich noch nicht. Hier ist doch, hier sind immer, ich hab doch nicht so ein Ding gemacht. Ja aber Sepp, das ist blau, ich weiß nicht mehr wie das geht. Aber ich sehe die Karten trotzdem nicht hier, guck mal F7, guck mal wenn der ganz unten ist, ist ein Joint. Wenn du ganz unten bist? Hier ganz unten links, das Zeichen ist Joint. Alter. Das ist ja ein Drehen. Snap? Okay komm, wir verteilen hier mal die Karten. Wie viel kriegt denn jeder? Sieben? Sechs? Ich bin gerade überlegen. Wie viel kriegt denn noch mal jeder? Einfach sechs und ist doch gut. Tony, lass den Scheiß. Ey, du hast ne Errungenschaft freigeschaltet. Okay, ich muss mal ganz kurz hier Rechte entziehen. Das dauert das Ganze halt nur ein bisschen. Ne, lass das dann. Peter, du machst das schon. Du hast halt unter Kontrolle, ne? Options. Permissions. Permissions. Sollte ich nochmal neu anfangen mit der Aufnahme. Na wieso das denn? Ist doch scheißegal. Ist das doch normal. Da haben wir schon voll abgefangen, bevor wir angefangen haben. Lass doch jetzt mal Uno spielen hier. Was dauert das so lang? Ich dachte wir spielen Cards Against Humanity hier. Was ist das für Scheiß hier? Ich kann jetzt auch nicht mehr dealen. Ja, dann deal ich. Ja, du musst jetzt jede Runde dealen. Boah, ich darf nicht mal mehr malen. Boah, Peter ist voll streng, ey. Mach ich jetzt nicht mehr. Noch eine. Echt? Sieben? Okay. Das hat sich hier alles verändert. Das ist voll verwirrend. Ja. Das find ich gut. Das geht gut los. Hardy, mein Freund. Ich kann sich noch an die Plus 10 erinnern. Meine ich das nur oder sind die Karten bei euch auch geordnet zufällig? Nee, sind die bei mir nicht. Okay, bei mir sind die halt nicht wirklich haargenau geordnet. Die sind farblich geordnet bei mir, ja. Bei mir sind die nicht für mich, oder? So, das ist für dich, Hardy, muss ich jetzt nur noch eine Farbe wünschen. Ja. Aber Hardy kann wieder nicht reden. Boah, Hardy, ey. Solltest bei Uno natürlich dumm gelaufen. Hardy, wer wünschst du dir denn? Ich würd mal sagen, Hardy ist wieder dran. Hier, komm. Zack, Hardy. Nee, nee. So, hier. Blau. Blau. Ja, zack. Da muss Sepp trotzdem ziehen. Ja, Hardy kriegt jetzt. Hardy kriegt jetzt. Ja. Stimmt, du. Boah, dann hätte ich jetzt fast vercheckt, dass Sepp ja noch 6 Karten ziehen muss. Alter. Hier ist Sepp auch nicht wieder dran. Sepp kann ja jetzt auch. Der hat jetzt genug Karten. Was hast du denn gelegt? Ja, komm, guck mal. Ja, komm, hier, guck mal. Sag, hier, mein Freund. Mein grüner Freund. Bram. Bram ist grün. Aber Bram kann auch nicht mehr. Bram muss jetzt überlegen. Ja, ich musste nicht überlegen. Ich war da so brain afgekarrt. KKK. Wieso legt der denn bevor ihr zwei Karten zieht? Das verstehe ich nicht. Ja, weil das doch egal ist, weil ich ziehe. Ja, aber vielleicht hättest du ne plus 2 gezogen oder so. Ja, aber die hätte ich jetzt nur so noch nicht gespielt. Die hättest du auch nicht legen dürfen. Klar. Ja. Natürlich darf ich nicht. Nein, du darfst ja nicht die legen. Aber nicht zum Aufleveln. Ja, nicht zum Aufleveln. Ja, ja. Das ergibt ja recht keinen Sinn, wenn du sowieso schon zwei gezogen hast. Ach, das ist doch gemein. Finde ich nicht. Ich bin Peter. Ich protestiere hier so. Hadi. Oh, das ist doch gemein. Dass man den mit den meisten Karten nicht mitspielen. Haben Sie schon gehört. Boah, weißt du, soweit ist nicht zu spät. WTF? Ohne Witz. Ey, man hat mega abgelenkt. Ohne Spaß. Was legt sich denn so ab? Ich hab gerade auf mein Handy geschickt, weil ich den Wurst hat. Seine kleine Banane. Auf jeden Fall. Was da jetzt? Komm hier, direkt nochmal. Boah, ich weiß nicht. Tabletop kann ich so spät nicht mehr spielen, ey. Das ist unglaublich. Boah. Ja, das ist so anstrengend. Ey, Hadi. Weißt du, das ist einfach... Ja, ja, ja. Ja. Leg doch mal. Boah, ich dachte kurz, der könnte da was drauflegen, weil der schon so eng ist. Wie kann man den Shit denn nochmal umdrehen? Mit F. Mit F. F wie Flip. Oh, nein. Ja, sehr gut. Schön die zwei gezogen. Äh, Bram überspringen. WTF? Bram, Sepp ist dran. Sepp hat doch gerade gelegt die Eins oder nicht? Nein, die Eins hat fast jetzt gelegt. Bram, was ist denn mit dir los? Jetzt hat er die Eins. Alter. Ich fand das voll witzig. Ich dachte so, alles klar, Sepp kriegt das eh nicht mit, weil er minimiert ist. Einfach immer springen. Ich dachte jetzt... Ja, aber Bram macht doch jetzt mal den Sepp, ey. Leck mich am Arsch. Na, was ist das denn? Ne 8. Wieso macht er denn dann den Sepp? Dann macht er den Bram. Ja, ich will, dass das jetzt der Bram hat. Ne, 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 ne. Ne, so schlecht. Dann hast du viel zu viele... Weißt doch genau, wie die Hand immer aus dem Off gekommen ist. Oh, Bram, Alter. Der Respekt zur richtigen Zeitpunkt. Ja, ich hab das jetzt alles weggelegt und so und das ist gut. Kannst du den ganz gleich ein Stückchen weglegen? Ne, ne, ich muss gerade... Dann komm ich nicht mehr dran mit dem Finger. Ne, ohne Spaß, das ist viel zu weit weg. Ja, tut mir leid, aber ansonsten... Scheiße. Ja, dann muss der Stapel halt ein Stück weg. Ne, dann komm ich aber auch nicht mehr dran. Was macht der denn da? Dann kommt der näher zu dir. Ich bin überlegen, was ich legen soll, aber ich hab mich dazu entschlossen... Nicht zu... Ne, nix... also nix tun geht. Ja, okay. Okay. Okay, nix tun geht. Äh, ich hätte gerne... blau. Schade. Blau ist ne Scheißfarbe. Ach, geht. Ja, offensichtlich. Ich hätte gedacht, vielleicht hat schon ihr ne blaue 2 oder so. Leider... Der blau sieht ja auch eher aus wie... Ich kann nicht! Ja. Ach, Hadi, ey... Ja, wat denn? Hadi kann, ich hab sie zu 7 gelegt. Bist du ein Arsch, Alter? Ich kann nicht. Ich muss halt erstmal eine ziehen. Darf ich? Ja. Ich glaube, Sepp ist in dem... Äh... In dem Golf-Modus, oder? Boah, bitte lass Mini-Golf spielen. Ja, ich sag ja... Boah... Wir müssen die Runde immer noch spielen, ne? Boah... Ist halt echt so. Es gab doch so viele Likes, oder? Also, ihr wisst zumindest... Ja, es gab 10k Likes und deswegen muss man das nochmal spielen. Ihr wisst aber zumindest, dass es nicht vergessen worden ist. Naja, auf gar keinen Fall, da träume ich manchmal nachts von. Wir warten aber darauf, dass Sepp richtig demotiviert ist. Ja, aber wir sind kurz davor, glaube ich, von der richtigen Demotivität. Ja, aber jetzt muss Sepp ja gleich in die Haier. Jetzt kannst du... Ich werfe morgen Abend nach... Ich werfe morgen Abend nach Mario Kart. Ja, genau. Lass Mario Kart anfangen und dann... Das ist gut. Das haben wir zu gerade gelegt, ja, ne? Ich hab dir eins gerade gelegt, ja. Aber wir wollen andere coole Spiele spielen. Mini-Golf ist cool. Ja, echt, man. Mini-Golf ist mega, hast du mal die Likes gesehen? Also wie das abgegangen ist mit den Figuren, das fand ich schon ziemlich krass. Wenn das Gameplay scheiße ist, muss man das halt selber besser machen. Ich weiß gar nicht, welcher Depp da draufdrückt auf den Behinderten-Button, ey. Weißt du, drück mal auf dem Video hier auf gar nichts. Puschel-Button heißt das so? Einfach gar nichts drücken. Weißt du, das interessiert uns auch gar nicht. Boah, Sepp ist gerade... Boah, boah. Sorry. Kann man einen Salz streuen hier mal? Unbedingt Mini-Golf noch. Das blöde ist, dass wir nur noch 20 Minuten ungefähr haben. Ne, Mini-Golf, heute geht nicht mehr. Heute nicht mehr. Aber der ist gerade in dem Modus. Johnny ist ja schon ins Bett geschickt worden. Ja, stimmt. Boah, Hardy, ey. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss dir mal wieder ein paar Plus-Karten reindrücken, glaube ich. Wieso? Ja, du hast nur noch drei Karten, wobei Jay hat auch noch drei Karten. Wieso? Ja, Brom auch. Er hat sogar nur noch zwei jetzt. Tag, guck mal, er ist gleich fertig. Ach ne, Brom, willst du nicht noch andere legen? Kann ich aber nicht. Ach fuck. Stimmt, gelegt ist gelegt. Oh, ich kann. Leute. Die habe ich gerade gezogen. Wie wäre denn mit... Gelb. Das ist hart. Das heißt, Johnny hat schon gezogen, bevor ich die Farbe gesagt habe. Das heißt, ich habe keinen Plus-Zwei gehabt bis dato. Ja, genau. Du hast die gezogen. Ah, gelb hat der, der Wichser. Ja. Der Wichser. Was lacht uns Christian mal an? Äh, ich hätte gerne Blau und Schnittchen oder letzte... Ich weiß nicht mehr, was das Wort war. Schnittchen. Schnittchen ist schon richtig. Okay, bei Branden darf ich Blau ankommen. Okay, bei Branden darf ich Blau ankommen. Wenn ich so mache, ist das dann gelegt. Ja. Oder erst so. Nee. Ich wollte das nur mal wissen. Sobald die Karte den Boden berührt. Sobald die Karte den Boden berührt. Das heißt ja auch gelegt. Ja, okay. Und wenn ich jetzt eine Karte von dir nehme und sie auf den Boden nehme, dann hast du verloren. Dann habe ich verloren. Sepp, du musst vom Blau weg. Dann mache ich mal den Sepp und sage, ich hätte gerne Rot. Dann hätte ich den Sepp. Finde ich nice. Ich glaube, Hardy hat auch keine Rot, das ist gut. Kann ich nicht. Ich glaube, Hardy hat auch keine Rot, das ist gut. Ich kann auch nicht. Du kannst auch nicht. Okay. Ach nee. Oh, jetzt kann ich. Oh nice, das hat Hardy gewonnen. Boah, jetzt sind solche Bongos, ey. Boah, Hardy hat jetzt gewonnen, ey. Ich kann nicht. Joi, das war jetzt nicht ne Plus 4. Was muss man denn sagen, wo man fertig ist? Ja, nix. Nix. Was hast du Uno gesagt? Hast du Uno gesagt? Doch, er hat Schnitchen gesagt. Er hat Schnitchen gesagt. Sepp, das fällt dir jetzt echt ne Runde später auf. Sepp, du hast nichts dazu gesagt. Uno. Gezett, Hardy. Gezett. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Schnittchen hier. Das ist jetzt mega unsexuell. Schnittchen hier. Ohhhh. Boah, Jack kriegt den einfach mal auf von allen Seiten rein, ey. Von vorne und von hinten. Aber Jay war ja gerade auf Klo, dann geht das ja. Ja, ja, ist alles cool. Boah, ich kann was legen. Von Feder, ey, ich bin richtig stolz auf dich. Da muss ich erstmal eine ziehen, oah. Boah. Ey, Moment, da geht ja an Christa, geht ja gar nicht an Jay. Also ich hätte gerne Blau. Ach man. Du, als ob du nur Plus 2 hast. Dann wär der Shit, wenn du damit ausmachen würdest. Wenn jetzt geil gewesen wäre, wenn du nur noch Plus 2 gab, dann hättest ich jetzt so gefeiert. Auf jeden Fall. Wurde wohl zu Blau, ne? Ja. Boah. Motherfucker. Boah, ich freu mich drauf, wenn du das so ne. Du hast doch eine Plus 2 bislang erst bekommen, ja? Jetzt weinen wir nicht so rum. Ja, aber dafür kann ich nie legen, ist das Problem. Die konntest du sogar noch weiterlegen, oder? Hast du 2 gezogen? Nee, ich glaube, mal, jetzt kann nicht. Ah doch, warte, 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 warte. Da, guck mal. Kann nicht, ist schon angesagt. Nee! 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 Weißt du, der Behinderte fragt erstmal, wann darf ich denn, ist die Karte raus? Kann ich es angesagt? Ja, laber doch nicht! Erzählt! Ich kann nicht. Als wenn Bram schon seine Karte gezückt hätte, ja, dann... Nee, ist okay. Weiß Peter, du darfst legen. Boah, ich kann sogar mal legen, find ich voll nice. Boah, ich kann auch legen, ey, voll nice. Was ist das? Mit 3, wa? Diese leere Drohung von dem kleinen Hund, weißt du? Alles klar, hier, guck mal, ich leg auch mal eine. Äh, ach nö. Ich kriegst ja zu viele Karten, ey. Ach nö! Schnädchen. Dann ist der Vorteil, wenn du so viele Karten hast, die du gezogen hast, du kannst auf alles reagieren. Ich bin zu dumm für den Stapel hier. Boah, da zieh ich mal wieder eine, wa? Ich konnte nicht reagieren. Na gut, das stimmt natürlich. Ach, Kinder, ist... Bitte... Ich kann nicht. Oh, kein Rot-Badge auf der Hand. Oh, einmal mit Leid. Oh. Jetzt kann Peter seine ganzen Karten wieder ab. Oh, Peter hat die gezogen. Peter hat die gezogen. Peter hat die gezogen. Na komm, das ist mega schwierig hier aus der Perspektive. Ja, Licht ist gelegt. Ja, echt mal. Ich nehm mir die ab, Peter. Okay. Okay. Na komm, geh mal, spiel mal auf Korin. Er ist nicht selbst dran? Er hat doch gelegt. Der Pat schon gerade gelegt. Ich hab doch schon gelegt. Boah, die Entscheidung ist schwierig. Okay, das ist der Blowjob. Schnell schon. Blowjob, Peter. Das ist auch Blowjob, Peter. Und dann ist Blowjob verboten, Peter. Dann ist Blowjob verboten, Peter. Oh Gott, Alter. Ja, und dann hier. Wieso darf ich denn nicht mitspielen? Ja, Blowjob war verboten. Sef, du bist raus. Hättest du eben mal grün genommen, hätte ich gewonnen. Weißt du? Alles klar. Sef, du bist raus. Blowjob verboten. Ja, dann muss ich halt nochmal eine ziehen. Ja, dann kann ich halt nicht. Dann kann ich halt nicht. Okay, also der hat keine rot und kein grün. Doch, grüner. Wann ist das? Ne 6. Ich hab auch eine 6. Das ist auch so. Peter hat nur Blowjob. Boah, Peter. Voll nice. Ja, aber ich hab nix. Das ist wirklich schade. Das ist das Beste. Alter, bist du zählt oder nicht? Du kleiner Job. Ja, ich hab doch gesagt. Was hast du denn nicht an diesem mitbekommen? Ich kann. Ich kann nicht. Ne, sorry. Du kennst mich doch. Ja, und du wolltest jetzt eben den Sepp machen und den Bram machen umbenennen, Alter. Ja, hast du so. Bram, wie sieht das aus? Kannst du, oder? Ich hab grad gesagt, ich kann nicht. Mit den Worten, ich kann nicht. Ne, das hab ich nicht verstanden. Ich versteh nur. Loll. 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 Wieso werden die denn umgedreht? Ja. Loll. Loll. Das war geil. Dann war das Christians 6. Ja. Okay, alles klar. Schnittchen. Uppsala. Also ne grüne 3. Ja, alles klar. Raus den Shit, bitches. Sobald du die halt von deinem Bereich wegbewegst, sollte die vielleicht auch auffallen. Ja, stimmt. Da hab ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Warte, vor allen Dingen, wieso werden die umgedreht? Die sind schon umgedreht. Ja, ja. Warte, ich mach jetzt nur so. Ich mach jetzt nur so. Ich mach jetzt nur so. Hadi. Komm, Alter. Das ist doch. Das war die gleiche Karte wie gerade. Jetzt. Das ist so geil. Die war doch gar nicht über dem Rand rüber. Was ist das denn hier? Loll. Ey, wo ist die Karte? Das war eine wirklich schlechte Karte. Dann hab ich eine, Mann. Ey, was krieg ich die denn jetzt hier? Das ist doch deine. Ich hab deine. Du hattest 3 Karte. Ja, warte hier. Die kriegt Hadi. Hadi ist wieder dabei. Hadi muss jetzt weiterspielen. Okay, ich bin wieder dabei. Peter hat gewonnen. Peter hat gewonnen. Peter hat gewonnen. Ja, Peter hat jetzt gewonnen. Hadi hat verkackt. Hadi hat verkackt. Hadi muss jetzt spielen. Hadi, du bist jetzt dran. Ne, Sepp ist dran. Hadi ist das jetzt. Hadi ist das jetzt. Aber das war doch Sepps Karte, oder nicht? Ja, klar. Hadi ist das jetzt dran. Wir sind gerade gegen den Uhrzeiger so. Ja, aber wenn ihr die Karte von jemandem klaust, dann machst du das, weil du die haben willst. Ja, richtig. Hadi hat die. 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 Ich hab mir schon lange fertig. Ja, aber das bist du jetzt selber. Ich bin das der erste gewesen. Hadi, ich wünsch mir grün. Ja, ja, wir machen uns die Regeln, wie sie uns gefallen. Hadi, ich wünsch mir grün. Hadi hat übrigens die Schnittchen gesandt. Ich finde, der zieht noch. Hadi, der wünsch sich doch sogar grün. Jetzt liegt doch die verfickte Karte. Dann hast du doch wieder gewonnen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Weil Sepp ist jetzt hier. Weil Sepp ist jetzt zwei Karten weg. Das ist ja auch nicht. Ja, ihr könnt doch nicht. Das eine wollen und das andere wollen. Das ist vorbei. Ne, ich hab gelegt. Jetzt ist vorbei. Ne, ich hab gelegt. Ich hab gesagt, der zieht dir eine. Uno. Hier. Gib dann doch eine. Er kriegt mal ein Schnittchen gesandt. Wann haben wir jetzt zwei? Ich muss... Wann macht ihr denn davon Bullshit? Ihr spielt das doch mal dazu Ende, ey. Er hat sich doch grün gewünscht in eine grün gelegt. Ja, richtig. Dann bin ich gegen. Ja, dann bin ich gegen. Aber da hat keiner von euch drüber nachgedacht. Deswegen ist das okay. Ja, aber dann wird es halt nur noch zwei. Da Peter hat gewonnen. Ja, Peter hat gewonnen. Das ist richtig. Lächerlich. 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 Schiebung. Schieb dich. Hey. Wann hab ich ne neun auf ne sechs? Hä? Ne, ich will nicht ne neun auf ne neun. Ja, Hadi, dann darfst du auch nicht an... Ja. Mein Gott. Wer ist denn jetzt überhaupt dran? Du. Ich. Was ist das denn? Neun, ne? Neun. Ja. So. Das ist bei Uno aber jedes Mal erst in den letzten Runden, ey. Ja, das ist der Shit, halt. Wie gesagt, spiel ich das so spät abends nicht gerne. Ey. Hä? Ist doch mega witzig. Ja, richtig. Ey. Wie? Ich hab doch gesagt, ich kann nicht. Ja, okay. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich hab da auch noch gefragt. Ich hab grad noch mal nachgefragt. Oh, meine Augentränen. Gewonnen 이러ßere. Gewonnen ist jetzt aber in Anführungszeichen zu setzen. Hallo. Ich bin hinter Hadi. all dritten Platz gemacht nach Hadi. Gesteckerne blau. Weiß ich bin weit vor Jay, das reicht mir schon. Haha, Christian muss mischen. Haha. Das ist ja so unfassbar schwierig. Ja, in dem Spiel ist das so furchtbar. Moment, ich kann nicht mischen. Achso, warte, ich muss mischen. Peter muss mischen. Ich finde das nicht in Ordnung, dass Peter so viele Rechte hat. Jetzt hab ich dann an Peter abgegeben. Kann er mich wohl mischen. Der war well played, Christian. Okay, jetzt hast du nochmal gezogen. Jetzt hat er gezogen, ist gezogen. Der hat die sogar angesehen. Nee, ich hab die nicht angesehen. Aber ich hab die aber noch nicht... Ich hab die aber noch nicht... Ey, wenn man... Ich fahr wieder dahin. Ich hab die auch noch nicht liegen. Ich hab die auch noch nicht liegen. Stimmt, stimmt. Achso, darf ich? Ja. Was war dir jetzt gewünscht? Blau. Sehr gut. Sehr gut. Du musst die drehen. Ja, noch mehr? Ja, cool. Boah, es hat funktioniert. Leck mich am Arsch. Eieiei. Kann ich nicht. Ja, guck mal, jetzt ziehe ich die trotzdem. Alles gut. Ich kann nicht. Also nicht alles gut für dich. Dürtchen. Oh. Oh. Das sind eine ganze Menge Karten, die du da hast. Oh shit, gib die mal, Jay. Das ist voll richtig. Ich hab schon 14 gezogen, glaube ich. Also plus 2 kann man keine normale 2 legen, oder? Nee. Außer du... Die ist blau. Die ist blau, ja. Das kann ich nicht. Alter, das ist natürlich... Der muss ja alle ziehen. Stimmt. Dann gib mir die mal. Ja, okay. Ich kann nur noch nicht. Ja, okay. Das ist fair dann. Oh. Das ist jetzt so viel. Du kannst auch gerne ziehen, wenn du willst. Äh, ja. Die war schön, Bram. Ach, ich bin zehn. 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 Er ist überlegt, die zu behalten, aber dann hab ich gesehen, oh, der Bram hat nur noch eine Karte. Oh, der hätte auch Geld gehabt. Das war ganz klug von dir, Jonathan. Moment, da war aber eine blaue 2 drunter, also hätte er, glaube ich, auch nicht gekonnt. Was für das denn? Wieso ist die denn jetzt da drunter gelangt? Das hab ich auch nicht verstanden. Schnettchen. Oh, Jay. Könnte ja doch noch mal was werden mit dir. Ah. Wieso? Oh nicht. Das muss doch nur leuchten, damit das geht. Ja, hab ich auch gedacht, hat auch nicht funktioniert. Schnettchen. Ja, hat Schnettchen gesagt. Beide haben Schnettchen gesagt. Ja, das leuchtet. Und? Hat funktioniert. Schnettchen. Oh, endlich bin ich aus dem Kauenfein raus, Alter. Boah. Jetzt müssen wir gegen Christian das scheiß Finale machen, ey. Das ist jetzt ganz schön schwierig. Warte mal. Der hat kein Rot. So, wie machen wir denn die Kameraposition hier am besten? So. Ne, ich will da näher ranzoomen. Was soll denn? Kann ich doch nicht. Und kein Grün. So. Kannst du mal auch nicht. So. Boah. Was ist denn das? Rot. Schnettchen. Oh. Desformationen, Bram. Damit hätte ich verloren. Ja, hättest du auch. Wenn ich erst die Wünschkarte gelegt hätte. Da kommt sie. Woah. Haha. Tschüss. Udo verendet geworden. Verendet. Jay ist verendet. Well played. Es war wirklich verendet, ey. Ja, alles klar. Wir sind alle branded. Ich muss mal, wenn ihr als nächstes gezogen hättet. Ne 2. Dann hätte ich gezogen. Ne 2. Dann hätte ich gezogen. Ne 2. Okay. Während Christian herausfindet, was er als nächstes gezogen hätte. Noch ne 2. Nein, nicht gezogen. Ist das noch ne 2? Noch ne 2. Komm schon. Scheiße. Wenn es ne 2 gewesen wäre, wäre es mega geil. Ist dann noch ne 2 vielleicht? Jawoll. Dann noch vielleicht? Ja, okay. Alles klar, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid jetzt alle genauso dumm wie wir. Haut rein. Tschüss. Ich bin fremd. Ent匆s.